Also ich werfe einen Würfel und es gibt mehrere Ereignisse, also Augenzahl größer 2 oder Augenzahl gerade oder C ist nicht 6 und jetzt will ich diese bedingte Wahrscheinlichkeit P von A unter der Voraussetzung C bestimmen auf zwei verschiedenen Wegen. Man kann das jetzt ein bisschen anschaulicher machen, also Augenzahl größer, hier Öl größer 2, das heißt A ist Mengenklammer auf 3, 4, 5, 6, B ist Mengenklammer auf Augenzahl gerade 2, 4, 6, C ist Mengenklammer auf 1, 2, 3, 4, 5, ja nicht die 6. Okay, und P von C, also ich weiß, genau, jetzt zwei Möglichkeiten, erste Möglichkeit, ja, erstens, zweitens, erstens anschaulich, zweitens mit Formeln. Ich weiß, dass es keine 6 ist, das heißt, ich weiß, es ist 1, 2, 3, 4, 5, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie, ist dann A, mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es größer 2? Das heißt, ich habe hier, also größer 2, das wären hier die, also immer so, 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß, es sind nur die 5, größer 2 wären die hier, das heißt, die Antwort ist, 5 Möglichkeiten, 3 Treffer, also P von A, Voraussetzung C ist 3 Fünftel. Und jetzt mit der Formel, die Formel lautet, P von A, Voraussetzung C ist P von A geschnitten, C, durch P von C. So, P von C ist, wir haben da 5 Möglichkeiten, also 5 Sechstel, P von A geschnitten, C, also was ist in C und in A? Das ist also die von 3, 4, 5, okay? Also, sowohl in A als auch in C sind die 3, die 4, die 5, also 3 aus 6, 3 Sechstel, ist gleich 3 Sechstel. Jetzt muss ich hier rechnen, jetzt kommt so ein bisschen Bruchrechnen, ist gleich gut. 3 Sechstel durch 5 Sechstel, Kehrbruch multiplizieren, 3 Sechstel mal 6 Fünftel. Ui, und da kommt 3 Fünftel raus, weil sich das kürzt. Also, genau das Gleiche, was wir auch hier anschaulich hatten. Also, jedes Mal 3 Fünftel. Und bei dieser Art von Aufgabe ist es wichtig, dass man beides versteht. Also, dass man sowohl mit dieser Formel arbeiten kann, als auch versteht, was passiert denn da überhaupt. Also, einfach so sich Skizzen macht und Zahlen und wie viele Treffer gibt es, wie viele Möglichkeiten haben wir insgesamt.